Herzlich willkommen zu meinem Sonntagswort heute. Wir werden im Evangelium des Sonntages heute davon hören, wie Jesus sagt, was ihr einem anderen getan habt, das habt ihr mir getan. Also, jemand anderem etwas Gutes tun ist immer auch irgendwie ein kleiner Gottesdienst. Wem kann ich heute etwas Gutes tun? Zu diesem Gedanken möchte ich euch einladen an diesem Sonntag und wie immer für euch den Segen Gottes, den Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Euch allen einen guten und gesegneten Sonntag.